Die Sonne schenkt unerschöpfliche Energie zu unserem Nutzen. Mit unserer Misoka, der Mini-Solarkraftanlage, helfen wir Ihnen bei der Energieernte und pflücken Ihnen die Solarfrüchte vom Himmel. Die Misoka, das ist alles, was Sie brauchen, das heißt auch keine zusätzliche Genehmigung. Aufbauen, anbringen, einstecken, ganz einfach wie bei einem Haushaltsgerät. Welcher Standort sich eignet? Fast jeder. Hauptsache immer der Sonne entgegen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Also auch für die Halterungen oder die Aufständerungen haben wir die passenden Lösungen für Sie. Und die Misoka rechnet sich. Ein Produkt, das Ihnen viele Jahre Strom liefert, Ihnen Ertrag bringt. Statt 7 Cent pro Kilowattstunde für den an das E-Werk eingespeisten Strom, sparen Sie viermal so viel. Die vollen Stromkosten mit allen Abgaben, nämlich circa 30 Cent pro Kilowattstunde. Und den Ertrag? Den zeigt Ihnen die Smart Life App. Ihre Investition für die Umwelt, in die Zukunft und für Ihren Geldbeutel. Fragen Sie uns. Wir haben die Technik, das Know-how und die Erfahrung. Wir beraten Sie fair und kompetent. Das Team von Reh und Schröter Facility Management freut Sie schon auf Ihren Auftrag. Das Team von Reh und Schröter Facility Management freut Sie schon auf Ihren Auftrag.